Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 18. August Die Ungnade des Königs ist wie das Brüllen eines jungen Löwen, aber seine Gnade ist wie der Tau auf dem Gras. Sprüche 19, Vers 12 Der Tau fällt nach der dunklen Nacht, und den Tau der Gnade Gottes, die in Jesus erschienen ist, kann nur der erkennen, der die Nacht erfahren hat. Im Morgenland, zur Zeit Salomus, war die Nacht sehr unheimlich. Da regen sich alle wilden Tiere, sagt ein Psalmwort. Wenn das Brüllen des Löwen die Luft erzittern ließ, verkrochen sich die Menschen voll Schrecken in ihre Hütten. Die Ungnade des Königs Salomus spricht vom König aller Könige, vom Heiligen Gott, ist wie das Brüllen eines jungen Löwen. Salomo hatte eine Vorstellung von der Ungnade Gottes. Als er den von ihm erbauten Tempel einweihte, sprach er vor allem Volk ein gewaltiges Gebet. Darin kommt ein Satz vor, der wie ein erschrockener Aufschrei ist. Der Herr, unser Gott, verlasse uns nicht und ziehe die Hand nicht ab von uns. Das ist es. Gott kann die Hand von uns abziehen. Dann sind wir allen dunklen Mächten preisgegeben. Dann sind wir wirklich gottverlassene Leute. Seien wir ehrlich, haben wir nicht verdient, dass Gott die Hand von uns abzieht? Heute und in Ewigkeit bis in die Hölle? Kann einer sagen, wir hätten Gottes Gericht nicht verdient? Könnte er nicht heute die Hand von uns abziehen? Das ist die wahre Nacht der Seele, wenn wir das begreifen. Und ohne diese Nacht, in der wir uns dem Heiligen Gott stellen, werden wir nie den Morgen erleben. Dann wird es Morgen, wenn Jesu Kreuz vor unsere Auge gestellt wird, in dem wir Gottes Gnade für Sünder sehen dürfen. Das singt das Herz. Die Gnade des Königs ist wie der erquickende Tau auf dem Gras. Herr, lass uns durchbrechen ins Reich deiner Gnade. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus, segne dich. Dankeschön. Ich bin mirjemurtless. Young-J Denise Ich bin mir im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Gemeinsam pursue. Ich bin mir куда und lade Jesus in dein Leben sein. Ich bin mir nie im Gebet und lade Jesus dir antworten. Gebet und lade Jesus in dein Leben hat den Gebet und lade Jesus in dein Leben hat einen bleik. Begique horr receptor- und lade Jesus. Vielen Dank.